Freunde, Chapter 4 ist angekündigt und wir haben in diesem kleinen Teaser so viel gesehen. Das Ganze wirft natürlich neue Fragen auf und mittlerweile ist auch bekannt, dass wir neue Critters bekommen. Nun, diese werden wohl nur eine Nebenrolle in Chapter 4 spielen und unser Hauptmonster wird jemand anderes sein. Zumindest bin ich mir hier sehr sicher. Vergesst nicht den Channel zu abonnieren, um kein Content mehr rund um Poppy Playtime zu verpassen. Lehnt euch zurück, schnappt euch euer Lieblings Smiling Critter und genießt das Video. Bevor wir jetzt aber auf unser Hauptmonster kommen, schauen wir uns noch kurz ein paar Dinge für diese Theorie an, die sehr wichtig sind. Der Ort, an dem wir uns in Chapter 4 befinden, spielt hierbei eine große Rolle. Denn nachdem wir mit Poppy tiefer in die Playtime Factory fahren, gelangen wir in eine Art Forschungszentrum. Wenn wir uns nun die Bilder anschauen, sehen wir eine Art Eingangsbereich, der in zwei Richtungen führt. Einmal rechts und einmal der Weg geradeaus. Nun, rechts sehen wir nicht mehr als eine Gittertür, die nur zeigt, dass die Sicherheitsmaßnahmen hier sehr hoch waren und der andere Eingang zeigt einen kleinen Bereich mit mehreren Türen. Die Computer bzw. die Monitore sind denke ich zur Sicherheit und zum Registrieren der Mitarbeiter da, um sicherzustellen, dass wirklich nur diese Zutritt bekommen. Dann haben wir diese Art Gefängniszellen, die recht groß sind und eher weniger für Menschen gedacht sind. Ich denke, das Ganze wurde für die Bigger Bodies genutzt, denn wir wissen ja nun, dass diese nicht sofort zum Einsatz kamen. Nun, mit dem Wissen, dass wir uns in einer Forschungsanlage befinden, die für Bigger Bodies und vielleicht sogar für andere Experimente genutzt wurde, können wir davon ausgehen, dass wir hier nicht irgendein Monster bekommen. Denn die Nightmare Critters, wie ich eben schon erwähnt habe, werden wohl eher eine Nebenrolle spielen und wir werden ein uns bekanntes Monster bekommen. Boxy Boo. Wie komme ich jetzt aber auf Boxy Boo? Nun, schauen wir uns doch mal den Eingangsbereich etwas genauer an. Anfangs wird uns hier nicht sehr viel auffallen, denn es scheint wie ein ganz normaler großer Empfangsbereich auszusehen. Lass uns aber mal etwas genauer hinschauen, denn die Rechtecke an der Wand haben eine besondere Farbe, die sehr gut zu unserem Freund Boxy Boo passen. Der große rote Ring steht für seine Farbe, blau für seine Box und Gold für die kleinen Details, wie die Sterne, Kreise etc. Die Farben finden wir aber nicht nur an der Wand, sondern auch auf dem Fußboden. Nun fragt ihr euch sicher, warum denn jetzt genau Boxy Boo? Und genau das werde ich euch jetzt beantworten. Nun, wenn ich richtig liege, befinden wir uns in einer Forschungsanlage. Und wie wir wissen, ist der Playtime Crew sehr wichtig, dass wirklich keine Informationen über die Experimente nach außen gelangen. Sie gehen dafür sogar so weit, Mitarbeiter, die plaudern wollen, zu beseitigen. Und hier kommt Boxy Boo ins Spiel. Denn er ist das erste Experiment, das als erfolgreich angesehen wird. Und wird für die Playtime Crew eines der wichtigsten Werkzeuge, wenn es um die Zeugenbeseitigung geht. Boxy ist nicht nur schnell, sondern auch sehr effizient, was das Töten angeht. Er lässt Mitarbeiter verschwinden und ist dabei fast lautlos. Nur seine Musik, die er abspielt, um seine Opfer anzulocken, kann man hören. Und durch seine Fähigkeit, sich schnell und über große Distanz vorzubewegen, sind die Mitarbeiter nicht in der Lage, ihm zu entkommen. Was perfekt ist, um die Anlage geheim zu halten. Mitarbeiter, die von Boxy wissen, werden definitiv nichts sagen. Und die Anlage wird somit gut beschützt. Niemand kommt raus, geschweige denn rein, solange Boxy Boo da ist. Aber nicht nur die Mitarbeiter werden von Boxy Boo beseitigt. Wir wissen, dass er auch Experimente angreift, da er unter anderem Bronn attackierte. Boxy könnte also auch dafür da gewesen sein, gescheiterte Experimente zu beseitigen. Und ich bin mir sehr sicher, der Prototyp weiß von Boxy Boo's Rolle für die Playtime Co. Er wird ihn in der Hower of Joy für die Beseitigung der Mitarbeiter in der Forschungsanlage eingesetzt haben. Nun, da wir wissen, dass diese Anlage wahrscheinlich das Reich von Boxy Boo ist, bin ich mir sehr sicher, dass der Prototyp sich sehr sicher ist, dass wir spätestens hier sterben werden und somit Poppys Plan beendet wird. Gerade weil wir nicht sehr viel über Boxy Boo wissen, wäre es eine super Möglichkeit, ihn endlich als Monster in Poppy Playtime unterzubringen. Alleine die Location sagt einem schon, dass hier wirklich sehr viel passiert sein muss und dass man mit jedem Mittel versucht hat, diese Anlage zu sichern. Boxy Boo wäre gerade für Chapter 4 der perfekte Antagonist und würde dem Ganzen nochmal richtig Dramatik entgegenbringen. Chases durch die Räume mit ihm wäre nochmal viel intensiver und interessanter und man würde endlich mehr über ihn und seine Rolle in der Hower of Joy erfahren. Und für den Prototypen ist Boxy Boo das perfekte Werkzeug, um uns und Poppy aufzuhalten. Welche Rolle die Nightmare Critters genau spielen werden und ob diese wirklich böse sind, schauen wir uns in einem anderen Video nochmal an. Was haltet ihr von der Idee, dass Boxy Boo unser nächstes großes Monster in Poppy Playtime wird? Schreibt mir das Ganze doch gerne mal in die Kommentare. Und wem würdet ihr euch als neues Monster in Poppy Playtime Chapter 4 wünschen? Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin!